Hallo und herzlich willkommen zu Summoners War Chronicles zu einer weiteren Beschwörungsrunde LD Scrolls. So, wir gucken eben rein. Ich habe genau 4 LD Scrolls genommen, um eine 4 bis 5er noch zu kriegen. Dann seht ihr hier, hier sind schon mal 4 LDs und dann habe ich noch 9. Das heißt 13 Stück plus die eine, 14. Also ich bekomme genau 2 Safe LD 5. Uh, ich bin so aufgeregt. Jedenfalls, wir starten. Wir machen das immer so. Falls ich einen doppelten ziehe, rolle ich erst am Ende, weil das mag ich jetzt nicht so gerne. Dann muss ich halt taktisch überlegen. Ich habe genug Dias. Also kein Problem. So, wir fangen an. Die ersten 4, das sind ja die normalen Scrolls und dann hoffen wir einfach... Bis jetzt habe ich mit LDs ja kein Glück. Ich hoffe einfach jetzt irgendwas zu bekommen, was ich gebrauchen kann oder was zumindest auch neu ist oder nicht doppelt. Ich habe echt Angst, doppelt so zu kriegen. Ich will eigentlich meine Kristalle behalten. So, und jetzt die letzte. So, eine Scroll mehr. Also komme ich über den Dingswert. So komme ich nämlich zwar hier dann von 1 von 10, aber ist egal. Die 4 bis 5er Rollen sind ja halt toll, ne? So, let's go. Okay, das ist schon mal ein 4er. Kein neues 4er. Oh Mann, ey, ich habe immer noch so viele 4er, die ich noch nicht habe, ne? Das ist auch immer so das nächste, wo ich so denke, nein. Wieder kein 4er, was ich habe. 14 4er bis 5er Rollen, ne? Ich bin gespannt. Also, ich habe letztes Mal einen neuen geöffnet. Oh, die ist neu. Und da hatte ich kein einziges 5er bei. Falls ihr euch daran erinnern könnt. Mal gucken, ob das jetzt wieder genau so ist. Oh, aber die Katze schon mal. Ey, zwei neue. Also, es ist schon mal besser als beim letzten Mal. Weil da habe ich mich echt geärgert, weil halt echt nichts kam, ne? Okay. So, komm. Eins will ich wenigstens von den Rollen an, bitte. Sonst lohnt sich das nicht mehr, die zu sammeln. Ist so einfach. Okay, wieder keins. Ah. Ich habe einfach kein Glück. Und das ärgert mich so dermaßen. Dieses Glücks-Ding. Boah, jetzt kommt sie sogar noch doppelt, ne? Es ist ein nice Monster, aber es ärgert mich echt so ein bisschen. Hm. Das ist hart, ey. Das ist echt hart. So, okay. Das hatten wir schon mal. Und dann kam der Oberon. Falls ihr euch noch dran erinnern könntet. Dann habe ich mit den C5er den Oberon gekriegt. Aber da war auch so, dass ich wirklich neun 4-5er Rollen geöffnet habe. Und kein einziges LD5 bekommen habe. Es ist einfach zum Reihern. Ich habe gerade mal 10 Stück. Es gibt Leute, die ich kenne und die spielen nicht mal so lange wie ich. Die haben schon sonst wie viele. Wo ich so denke, ey, die haben schon weitaus über 20, ja? Das will einfach nicht. Ich habe in der Hinsicht einfach kein Glück. Aber da ist schon mal meine zweite Rolle. Und jetzt öffnen wir die letzte. Last but not least. Und auch sie ist ein 4er. Yay. Oh Mann. Und dann auch kein Lichthack dabei, ne? Den ich ja immer noch nicht habe. Aber, ey, der einzigste Gute ist, ich kriege hier zwei Save-Rand-D5s. Und das beruhigt mich, wenn es nicht beides Dupes wären. So. Dann gehen wir da mal rein. Und öffnen das erste. Und hören auf zu reden, weil es ist einfach so. Dafür wirst du büßen. Wer ist das? Scheiße, ich muss meine Kina bauen. Ey, nice. Okay. Ähm, ja. Nehmen wir mit. Äh, geil. Äh, wir gehen gleich in den nächsten. Weil sonst, ähm, ja. Ja, okay. Also, ich habe nicht mit ihm gerechnet. Das war auch keins meiner Wunschwunschwunsch. Aber er ist gut. Er ist wirklich gut. Möge die Zukunft in Hell nicht erstrahlen. Nein. Ich wusste es. Deswegen habe ich gewartet bis heute, dass ich rerollen kann. Die werden wir sofort rerollen, weil, äh, das würde ich halt nicht, ne? Ähm. So. Wir ändern das Schicksal und hoffen, dass es nicht nochmal ein Duop ist, weil sonst hätte ich lieber sie behalten. Du gehörst mir. Niemand kann dir wehtun. Okay, Ikasha. Ja, nehm ich. Ist gut. Die ist gut. Puh. Ähm. Ja, äh. Ich würde sagen, das war okay. Außer die, äh, 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 ich wusste es, dass es die Lichtfee wird. Ich wusste es. Deswegen habe ich tatsächlich gewartet, bis ich sie habe. Aber, und die, ne? Jäger? Okay. Nehmen wir. Und dann noch die Katze in vier Sternen. Ja. Nice. Monster erhalten, würde ich mal sagen. War? Äh, äh. Es war eine kurze, schnelle Beschwörungsrunde. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß. Was sagt ihr zu meinen Monstern? Gut oder eher nicht so gut? Äh. Äh, ich glaube, ja. Ich muss eine Kina bauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Habt Spaß. Und bis dann. Ciao. Tschau. 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 Tau. 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 Bis zum nächsten Mal.